Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Warpoint. Heute mit Maschinen als Gegner. Interessant. Die, die, die scannt die Umgebung. Nach mir vielleicht. Was zum... Ich hab da Energy im Bad. Energy im Bad ist nicht so cool. Es muss nur eine Millisekunde nach uns durchgegangen sein und dafür Stunden später angekommen. Okay, gehen wir weiter. Zum Glück können die nicht zielen. Ich hab nicht mein Leben verloren. Im Wesentlichen sind wir die Spinnen los. Trinkige, kleine Viecher. Was ist das für ein Wrack? Und wie viele sind hier schon runtergefallen? Sollen die sich mal um den Dicken kümmern? Ah, nice. Sollen die sich mal um den Dicken kümmern? Ah, nice. Was schießen die jetzt? Auf jeden Fall nicht auf mich. Okay, die Spinnen sind wir anscheinend nicht los. Nein, es kam einfach nur noch ein Gegner dazu. Geile Nummer. Ich slidee dahin. Wer weiß, wann das hier ist. Grant, kannst du das auch sehen? Ja, aber ich glaube es kaum. Das ist auf keinen Fall von der Pilgrim. Eva, vielleicht solltest du besser gehen. Ich schütze. Nein. Nein, ich such weiter nach der Pilgrim. Cass, such nach menschlichen Überresten. Scan. Wo sind denn alle? Scan abgeschlossen. Suche, er gibt es nicht. Das Ding ist, wir wissen ganz genau, könnten Jahre zwischen uns und diese Aufzeichnungen liegen. Vielleicht sogar mehr als 100. Je nachdem, wann wir hinterher gekommen sind. Die Feiten da. Oder? Ich will den Sniper, Mann. Ich will den Sniper. Was zur Hölle suchen diese Roboter hier? Also, es sind offensichtlich Roboter, weil sie mit Lasern schießen. Welches Säugetier oder so würde mit Lasern schießen? Die machen auf jeden Fall sehr wenig Schaden. Ich höre mir was gerade wieder ein bisschen krumm. Okay, ganz einfach so. Aber ich stehe richtig. Aber ich gehe mal mehr in diese Richtung. Vielleicht ist dann das Ganze ein bisschen präzise, weil mein Mikro da nicht im Weg ist. Okay, Leute. Okay, 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 okay. Scheiße, es sind viel mehr. Ich muss dazu sagen, Spinnen schießen natürlich nicht. Das stimmt nicht. Okay, wenn ich so stehe, ist es genauer, als wenn ich so stehe. Dann stehe ich so. Wo ist meine Kamera? Oh, das ist eigentlich perfekt. Das ist eigentlich perfekt. Holy shit. Oh, Scheiße. Was zum? Was ist denn? Was zum? Was war das? Keine Munition hier irgendwo, ne? WTF? Was zum Fick ist das? Ah, okay. Warum nicht? Da liegt doch bestimmt auch noch ein, ja. Oh. Scharfschützengewehr. Das UEP-Scharfschützengewehr ist ein kraftvolles und äußerst präzises Gewehr. Es bietet halbautomatisches Feuer mit einem Dreischussmagazin. Das moderne Visier zeigt an, wenn ein Gegner erfasst wurde. Tschüss, Granatwerfer. Äh, ich meine Schrotplinte. Da haben wir ein Scharfschützengewehr. Okay, okay, okay. Da muss man erstmal umgehen können. So. So. Okay. Verstehe. Ich verstehe das Prinzip. Was habe ich hier? Ist klar. Alle Fragmente lokalisieren und scannen. Das ist... Okay. Wie kam das alles hierher? Ich weiß nicht. Vielleicht... Oh mein Gott. Was? Was ist los? Da ist ein neues Wurmloch am Himmel. Trümmerteile fallen heraus. Ich muss hier schnell weg. War ja das vielleicht ich? Was meinst du? Wir kamen durch das Wurmloch. Und kleine wie dieses. Sie sind wie ein Nachbeben. Du musst vorsichtig sein. Das Wurmstehen macht eigentlich ein bisschen fertig. Okay. Du bist das Scharfschützengewehr. Du bist ein bisschen seltsam. Konzentration pur hier. Ist klar. Was ist denn los? Ich halte sie jetzt gerade, Leute. Ich halte sie jetzt gerade. Was ist denn los? Oh, da ist noch einer. Was ist mit der Waffe los? Was du nicht sagst. Was ist los mit der Waffe? Wieso wurde sie so krumm? Ich habe so gezählt, ich habe gerade geschossen. Das ist ähnlich. Das sieht wahrscheinlich sehr, sehr behindert aus und ist auch sehr, sehr unbequem. So, ich glaube aber in der nächsten Folge setze ich mich auf den Stuhl und gucke wie das da so ist, dass es dann überhaupt möglich ist so zu spielen. Bingo! Bingo! Hahaha! Ah, noch einer! Oh, wie viele denn noch davon? Der kleine Bastard, ich treffe ihn nicht. Das soll ein Scharfschützengewehr sein? Na, ich weiß ja nicht wohin. Weiß ja nicht. Das Stehen macht einen auf jeden Fall richtig fertig, deswegen muss ich mich gleich hier entsinzen. In der nächsten Folge. Und wenn das nicht funktioniert, meine Folgenpause fertig ist. Das ist ein Scharfschluss. Das war aber eigentlich ganz cool. Okay. Warum nicht? Warum nicht? Ich höre dich. Das ist auch cool das Spiel, Leute. Das ist auch cool. Wenn ihr eine VR-Brille habt, Freunde, kauft euch dieses Spiel. Das ist richtig cool. Das Ding ist schon nicht schlecht, muss ich sagen. Das Ding ist schon nicht schlecht. Nur leider, ich hätte gerne das Sturmgewehr behalten, ganz ehrlich. dich. Und da, Mr. Flauschig, ich habe dich gehört. Deine Krallen sind zu lang. Ich denke schon wieder. Ich hab's getroffen. Okay. Dann tun wir dies auch mal. Kann man als Zielübung verwenden. Das sind Alienpflanzen. Du musst eine Probe mitbringen. Ich kann eine Quarantäne in der... Nein. Ich sagte, wir bleiben bei der Mission. Ich suche nach der Pilgrim, damit wir hier schnell wegkommen. Okay. Verstanden. Es ist nur... Solche Sachen sind auch wichtig. Grant. Wenn wir hier nicht festsitzen wollen, müssen wir bei der Sache sein. Ich kann's mir nicht leisten, abgelenkt zu sein. Was kommt als nächstes? Kaum Schiffe. Ich versuche einen Platz zu machen, die ich dann mit der Sniper fertig mache. Wer weiß das schon? Wer weiß das schon? Wer weiß das schon? Na komm her, der kleine Blecht-Bubi. Da ist doch so ein... Wodurch bin ich gestorben? Ha! Na gut, Freunde. Das sparen wir uns gleich auf. Ich möchte mich nämlich unbedingt hinsetzen. Wir sehen uns gleich wieder, beziehungsweise morgen wieder, zu einer neuen Folge. Ich mach gleich weiter. Und mal gucken, ob wir weiterkommen. Ich kann sogar einhändig. Theoretisch brauch ich das Zielvisier gar nicht. Wenn man so schießt, Okay, ich kann natürlich nicht gleichzeitig laufen, um zu schießen. Aber es ist präziser. Na gut. Wir sehen uns morgens in einer neuen Folge wieder. Haut rein. Euer Seu. Tschüss. came aus. Musik wicked! Musik Musik Mom Musik 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 Musik